Wie ich sehe, liegt Ihre Erstberatung schon eine Weile zurück. Was hat Sie heute zu dem großen Schritt bewegt? In meinem Leben ist einiges los. Ich will nichts verpassen. Wenn wir fertig sind, sehen Sie gestochen scharf. Meine Assistentin hat mir eine unvollständige Akte gegeben. Ich bin gleich wieder da. Warten Sie, Sie gehen raus! Ist das okay, was hier passiert? Ihr dürftet gar nicht hier sein. Ihr solltet auf dieser Brücke sterben. Ein paar Glückliche überleben die Katastrophe. Doch dann holt sie sich der Tod. Einen nach dem anderen. Soll das heißen, wir können es nicht verhindern? Es gibt auf alles eine Antwort. Es heißt töten. Oder getötet werden. Niemand ist sicher! Verdammt, nein! Verdammt, nein! ich